Ganz herzlich willkommen zu Quadriga, dem internationalen Talk aus Berlin. Wenn ein deutscher Spitzenpolitiker twittert, wir lieben Oranje, Niederlande, oh Niederlande, du bist der Champion, dann ist was Außerordentliches passiert, was Außergewöhnliches, ein außergewöhnliches Lob. Und es gilt auch dem Mann, der die Wahl in den Niederlanden zu Europas Viertelfinale gegen die Rechtspopulisten ausgerufen hatte. Er, Mark Rütte, hat mit seiner rechtsliberalen Partei WVD gewonnen und dürfte Regierungschef bleiben. Es ist aber noch nicht ganz klar, in welcher Koalition. Er sagte, dass das ein Zeichen sei, auch gegen den falschen Populismus. Er wiederum, Gerd Wilders, unterlag, seine Ein-Mann-Partei hat zwar dazu gewonnen, aber sein Ziel, stärkste Kraft in den Niederlanden zu werden, das hat Wilders nicht erreicht. Mit seinem Anti-Islam- und Anti-EU-Kurs wollte Wilders Europas Rechtspopulisten den ersten Triumph passieren. Das ist nun nicht passiert. Wir fragen, ist jetzt alles halb so wild, sind Europas Rechtspopulisten also doch nur Scheinriesen? Welches Signal geht von der Wahl in den Niederlanden aus? Und ich freue mich auf die Diskussion mit meinen drei Gästen. Willkommen. Job Jansen, holländischer Journalist mit Spezialgebiet Rechtspopulismus. Er sagt, Wilders mag als Wahlverlierer dastehen, seine politische Agenda aber nicht. Willkommen auch Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin. Sie sagt, wer glaubt, dass der Populismus jetzt europaweit besiegt, ist, der täuscht sich. Für Frankreich steht der türkische Präsident Erdogan als Wahlhelfer nicht mehr zur Verfügung. Und Alan Posner, deutsch-britischer Autor und Kolumnist bei der Welt, meint, wie es scheint, hat der Konflikt mit der Türkei der Regierung in den Niederlanden genutzt. Angela Merkel wird sich das merken. Ich möchte beginnen mit dem Niederländer. In unserer Runde, Job Jansen, auch ein bisschen ausführlicher ruhig. Haben Sie das so erwartet? Dieses Ergebnis nein. Diese Wahl konnte man eigentlich nicht vorhersagen. Man muss wissen, dass die niederländische Wählerschaft ist extrem unentschlossen. Sie entscheiden relativ spät. Sie sind sehr unloyal an ihre Partei. Also ich wusste schon vorher, das kann schon echt mit 10 Prozentpunkten noch sich ändern in den letzten Tagen. Wie es jetzt so abgelaufen ist, habe ich nicht erwartet. Weil das in den Umfragen so hoch war, hatte ich die Befürchtung, dass er auch tatsächlich die Größte wurde vor einigen Wochen. Und das ist also eine Überraschung für mich, dass es nicht passiert ist. Ja, wir hören raus, eine positive. Was ist das Gefühl? Ist das auch ein gewisser Stolz, dass man diese erste Wahl in diesem europäischen Superwahljahr gleich mal den Sieg der Rechtspopulisten abgewehrt hat? Es ist ein leichter Stolz, aber man muss auch sehen, dass wie die Populisten in den Niederlanden geschlagen sind, das ist mit Populismus von anderen Parteien geschehen. Das heißt auch, dass die Standpunkte, der politische Diskurs von Wilders und seiner Agenda auch in den anderen Parteien geschlichen ist. Und wenn man das betrachtet, dann, ob Wilders in der Regierung ist oder nicht, sein Einfluss ist auf jeden Fall sehr stark präsent. Aaron Posner, wir kennen Sie hier bei Quadriga als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um Rechtspopulismus geht. Ist Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen? Und wie groß war der? Ja, ja schon. Auch wenn, es ist einfach gut, wenn Wilders die stärkste Partei geworden wäre mit seiner Freiheitspartei. Und man hätte sowieso eine Regierung gegen ihn gebildet, alle anderen. Aber dann hätte er sagen können, ihr seht ja, ich habe ein Mandat vom Volk, das Volk wird entmündigt, da bilden die etablierten Parteien ein Kartell gegen mich. Das kann er jetzt nicht sagen, sondern im Gegenteil. Wir haben ja gehört in der Anmoderation, dass er gesagt hat, mich seid ihr noch lange nicht los. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist im Grunde genommen die Ankündigung einer, wenn man so will, illoyalen Opposition. Das ist schon in Ordnung, dass, sagen wir, die populistischen Parteien belegen ja Positionen, die da sind in der Öffentlichkeit. Anti-islamisch, EU-kritisch und so weiter. Und dass das Vertreten ist im Parlament, auch stark vertreten, dagegen ist ja nicht zu sagen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Ursula Weinfeld, haben wir alle Gerd Wilders überschätzt? Ich glaube, wir haben, was wir unterschätzt haben, ist die Kurzfristigkeit von Wählerentscheidungen. Das haben wir in den USA gesehen und wir haben es ja im vergangenen Jahr auch beim Brexit gesehen, wie kurzfristig sich Wähler neuerdings entscheiden. Und das kann mal in die eine Richtung gehen und mal in die andere Richtung gehen. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr starke rechtspopulistische Kandidaten jedenfalls in Holland gehabt und in Frankreich haben wir sie auch. Und die Frage, ob die dann am Ende gewählt werden oder nicht, entscheidet sich nicht mehr mit so einem langen Vorlauf, wie man das früher hatte und auch nicht mehr mit so einer Zuverlässigkeit, wie man das früher prognostizieren konnte. Also von daher haben wir ihn als Person vielleicht überschätzt, aber was wir unterschätzen nach wie vor, ist dieses Momentum oder dieser Augenblick der Wahl, in dem eben Dinge wie Herr Erdogan und die niederländischen Kühe oder was auch immer auf einmal eben wahlentscheidend werden oder die Wahl viel, viel stärker beeinflussen, als sie das früher getan haben. Dann schauen wir genau auf diesen Konflikt mit der Türkei und auf die Szenen, die in den Tagen unmittelbar vor der Abstimmung am Mittwoch so viele Niederländer und auch viele Türken beschäftigt haben. Wir haben Bilder vorbereitet aus Rotterdam von Ausschreitungen, zu denen es dort gekommen ist, zwischen jungen türkischstämmigen Niederländern und der Polizei. Und der Grund war, dass die Niederlande, die Regierung, türkische Minister-Auftrittsverbote erteilt hatten im Rahmen des türkischen Wahlkampfs zum Präsidialreferendum am 16. April. Ja, das ging hoch her, Jupp Jansen. War das, wie Ursula Weidenfeld sagt, wahlentscheidend? Ja, das denke ich schon. Sehen Sie, mit dieser Aktion hat Mark Rutte insbesondere Wähler weggenommen von der PVV. Was rechtspopulistische Wähler oder Wähler von rechtspopulistischen Parteien gerne sehen, ist eine autoritäre Art von Politik. Jemand, der klare Kante zeigt. Und Rutte ist eigentlich überhaupt nicht so eine Figur. Er ist der Meister der leisen Diplomatie. Und auf einmal zeigt er klare Kante. Und wenn die Wähler dann kurz vor der Wahl denken, ja, mein Herz liegt vielleicht bei Wilders, aber ja, wir müssen auch wieder regieren, war das, glaube ich, das Zeigen von Autorität der entscheidende Punkt für viele Wähler. Und Wilders hat auch, glaube ich, vor allem Wähler an die VVD verloren. Weil es eben auch ja ein ganz stark populistisches Element hatte. Ja. Also nicht nur von der türkischen Seite, sondern auch von der holländischen Seite so umzugehen und eben spektakulär Minister an der Grenze zurückzuschicken und sie nicht ins Land zu lassen. Das hat natürlich, das spielt mit ganz vielen Elementen, mit denen die Populisten auch spielen. Und das ist vielleicht eben die nicht ganz so gute Nachricht aus dieser Wahl. Nicht, dass man eben als Demokrat oder als etablierte demokratische Partei eben solche Instrumente jetzt auch braucht und benutzen muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Die Zuspitzung auf Personen, die doch radikale Formulierung oder sehr konsequente Formulierung von Positionen und eben tatsächlich eben autoritäres Verhalten. Sehen Sie das auch so, Alan Posner, dass man im Prinzip, wie Rütte selbst es ja sagt, nicht eine falsche Art von Populismus betreiben sollte, sondern eine richtige, nämlich sowas? Es gibt eine richtige Art von Populismus. Das war nicht richtig. Es war erfolgreich. Es war aber unverantwortlich. Wir haben in Europa nun mal die Freiheit der Rede. Selbstverständlich können französische Politiker in London Wahlaufstritte machen für die dort lebenden Franzosen. Selbstverständlich können schwedische Politiker in Wien solche Veranstaltungen durchführen. Und jetzt hat Österreich ein allgemeines, weil sie nicht ausziehen wollten, als ob sie nur gegen die Türken diskriminieren, hat Österreich ein allgemeines Verbot des Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker. Ich meine, das ist doch total absurd. Wir gehen einen vollkommen falschen Weg. Was richtig ist, ist natürlich, dass der Patriotismus nicht tot ist, dass die Leute identifizieren. Und das ist der Unterschied, sagen wir, zwischen Wilders und Rütter. Das ist ein kleiner, aber interessanter Unterschied. Wilders teilt das Volk im Grunde genommen und macht gegen einen Teil des Volkes mobil. Gegen die Muslime? Gegen Muslime allgemein. Und Rütter hat gesagt, hier geht es ja nur gegen Erdogan und die Spitze der AK-Partei in der Türkei. Er hat also den äußeren Feind gesucht. Und das ist um gerade besser, möchte ich sagen, obwohl es dann im Kern zu einem Abbau von Freiheiten innerhalb Europas führt. Aber in die Richtung zu denken, dass ein äußerer Feind immer etwas ganz Gutes ist, wenn man eine Wahl gewinnen will, da kann man auch mal drüber nachdenken. Ja, sagt ja der Mann, der sein Ziel verfehlt hat, Gerd Wilders. Der Geist ist jetzt aus der Flasche und dahin geht er auch nicht mehr zurück. Sie haben schon gesagt, Jupp Janssen, dass im Grunde genommen diese politische Agenda des Gerd Wilders weiterwirken wird. An welchen Stellen werden wir das merken bei einem Premier Rütte, der von deutschen Medien auch gerne mal als Teflon-Premier bezeichnet wird und der ja mit seiner Partei auch Stimmen verloren hat? Ja, naja, das ist eigentlich schon ganz lange am Laufenden. Sowohl linke Parteien sind in den vergangenen Jahren kritischer geworden zu der multikulturellen Gesellschaft. Rechte Parteien sieht man eigentlich zwei Bewegungen. Die Mark Rutte, seine VVD, kopiert wirklich eins auf eins Punkte von Wilders. Man sieht die Christendemokraten, die sind auch richtig weit nach rechts geschoben dieses Mal. Und sie sehen die Themen mit der multikulturellen Gesellschaft oder mit Europa, konzentrieren, fühlen sich gezwungen darüber zu reden jetzt und konzentrieren sich dann aber auf andere Themen. Zum Beispiel bei Europa ist es dann, wir müssen die Bürokratie abbauen. Sie haben das Gefühl, wir müssen jetzt Euro skeptisch sein, weil das sind unsere Wähler, die das scheinbar wichtig finden, die jetzt nach Wilders laufen. Und ich glaube, dieses Prozess werden wir in den nächsten Jahren wiederbeleben. Wilders ist jetzt in einer Position, dass er völlig isoliert ist. Der Mann hat kein Geld, der Mann hat kein Freiwilliger. Das Einzige, was er tun kann, ist radikalisieren, um Aufmerksamkeit zu behalten. Und deswegen ist es die Frage, ob in den kommenden Jahren seine Radikalisierung auch wieder Auswirkungen hat auf die liberale Partei, auf die Christendemokraten. Und ja, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass es schon echt weit geht, traue ich mir das noch nicht zu, um zu sagen, jetzt ist das Schluss gemacht mit dem Radikalisieren auch von etablierter Parteien in Richtung Wilders. Ursula Weidenfeld, jetzt hat sowohl Marc Rütte, also der Wahlsieger, als auch der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel gesagt, das war ein Fest der Demokratie oder ein Sieg der Demokratie, weil eben rund 80 Prozent der Niederländer mitgemacht haben. Können Sie darin was Hoffnungsvolles sehen, jetzt auch als Staat im Superwahljahr? Naja, ich finde schon. Also 80 Prozent Wahlbeteiligung. Wir haben das in Österreich auch gesehen. Da sind auch sehr, sehr viele zur Wahl gegangen. In den USA sind sehr viele zur Wahl gegangen. Also ganz offensichtlich ist es eben so, wenn man extreme politische Parteien im Spektrum hat, die mit einiger Aussicht auf Erfolg antreten, dass man eben nicht nur diejenigen mobilisiert, die die wählen wollen, sondern die anderen auch. Das, finde ich, ist eine gute Nachricht für die Demokratie. Also eine Demokratie, man muss halt sehen, in Deutschland zum Beispiel, ist in diesem Bundestag sind fast 50 Prozent der Wähler nicht repräsentiert, weil 30 Prozent nicht zur Wahl gegangen sind. Und 15 Prozent haben Parteien gewählt, die nachher nicht in den Bundestag gekommen sind. Das heißt, eine Demokratie braucht eine Repräsentation eines großen Teils der Wähler. Und das kann eben nur passieren, wenn viele zur Wahl gehen und wenn eben dann am Ende auch viele erfolgreich wählen. Das, finde ich, ist eine tatsächlich gute Konsequenz aus dieser polarisierten politischen Situation, die wir haben. Ein Fest der Demokratie, naja, das, finde ich, ist sehr, sehr großartig beschrieben. Aber es ist eine gute Entwicklung, wenn Menschen sich wieder mit dem politischen System auseinandersetzen, wenn sie sich wieder mit politischen Themen auseinandersetzen, wenn sie bereit sind, sich zu positionieren und sich zu entscheiden. Das sind alles für eine Demokratie gute Nachrichten. Wir haben ein konkretes Beispiel, vielleicht gucken wir es uns erst zusammen an, von jemandem, der noch sehr jung ist und der sich aber entschieden hat, in den letzten Wochen eben aktiv Wahlkampf zu betreiben in den Niederlanden, mit dem Gefühl, dass man in Europa inzwischen die eigenen Werte verteidigen muss. Und es ist trotzdem ein Wilders-Wähler. Donny arbeitet normalerweise als Koch, aber bis vor kurzem machte er Wahlkampf für Gert Wilders. Sein Ziel, die Niederlande aus der EU holen und den Islam stoppen. Ich bin schwul, aber Moslems mögen keine Schwulen. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, die eine Zunahme von homophoben Angriffen durch Moslems belegen. Aber Donny sagt, er will sein Land zurück. Was ist ein Nationalist? Jemand, der sein Land mag und die Freiheit in diesem Land. Und viele Moslems mögen Freiheit nicht. Donny glaubt deshalb an Gert Wilders. Nur mit ihm könne das Land wirklich eine liberale und offene Gesellschaft bleiben. Ein Rechtspopulist als Retter der freien und offenen Gesellschaft? Ja, wenn ein Fest der Demokratie dann eben mit allen. Job Jansen, Sie wollten eben was sagen, aber vielleicht stehen Sie jetzt auch schon wieder woanders. Nein, gar nicht. Also ich unterstütze die Wörter, ein fester Demokratie. Aber nicht nur wegen diesem Grund. Man muss sich vorstellen, es gibt 18 Parteien. Es gibt unglaublich fähige Parteileiter mit guten, unterschiedlichen Programmen in diesem Wahl. Die Debatte war hart, die waren gut, die waren inhaltlich und die waren respektvoll. Außer einigen Anmerken von Wilders. Und was jetzt so interessant ist, finde ich, ist, dass die Welt schaut auf die Niederlande, auf den Aufstieg Gert Wilders und sie machen sich Sorgen über die Demokratie. Aber wenn man sieht, was die Niederländer gestern alles wählen konnten und welche fähige Personen, die da alle hinter standen, das war wirklich ein Fest der Demokratie. Und ich muss sagen, Wilders hat gar nicht so eine große Rolle gespielt in diesem Wahlkampf. Aber in den Medien war er omnipräsent. Es hat sich immer nur daran orientiert. Nein, in den ausländischen Medien. Ja, hier auf jeden Fall in Deutschland, das ist richtig. Es hat sich immer nur daran orientiert, die Berichterstattung, ob er gerade in den Umfragen etwas nachgelassen hat oder wo, an welche Decke er jetzt stößt. Ich rede über die heiße Wahlkampfphase. So den letzten Monat war er eigentlich relativ unsichtbar. Migration und Europa und Islam waren nicht die Hauptthemen dieser Wahl. Das würde ich gerne mal klarstellen. Es ging über Pflege, es ging über Bildung. Ich habe selten so einen inhaltlichen Wahlkampf gesehen wie dieses Mal. Und deswegen könnte man echt schon sagen, dass die Situation sich in diesem Sinne normalisiert hat in den Niederlanden. Und eine feste Demokratie war es für mich schon. Aber wenn man das jetzt hört, Alan Posner, die Stimmen in dem Beitrag, dann fällt es einem doch vielleicht auch trotzdem schwer, so ganz hoffnungsvoll auf die nächsten Monate zu blicken. Wenn da einfach das Gefühl ist, wir müssen hier was verteidigen und ich fühle mich in meinen Rechten beschränkt, ich kann hier nicht so leben, wie ich bin. Was ist da dran? Denn es ist ja ein Gefühl, was man jetzt nicht nur von Leuten aus den Niederlanden hört, sondern Sie haben das auch schon angedeutet, auch in anderen europäischen Ländern. Ja, der junge Mann dort, diese junge Schwule. Ich meine, ich habe auch viele schwule Freunde, die aufgrund von Erfahrungen, die sie machen in der Stadt, wo sie zusammengeschlagen werden. Also, sagen wir in Berlin. Früher, sozusagen als Schwuler, sagen mir meine Freunde, wurde man hauptsächlich von Russlanddeutschen zusammengeschlagen. Heute wird man eher von jungen Muslimen zusammengeschlagen. Scheiße ist es, entschuldigen Sie das Wort, mies ist es in beiden Fällen. Ob man das verallgemeinern kann, ist allerdings die Frage und ich glaube nicht. Das Problem bei dem jungen Mann ist, dass er glaubt, wenn er sozusagen eine Partei wählt, die gegen eine ganze Gruppe vorgeht, dass dann seine persönliche Freiheit als Angehöriger einer anderen Minderheit verteidigt wird. Und das ist der, das ist ein, da müssen wir argumentativ vorgehen. Weil zum Beispiel junge Schwule machen eben diese Erfahrung, dass sie hauptsächlich von jungen Muslimen angemacht werden. Aber sie begreifen nicht, sagen wir mal, der Grundsatz der Liberalität ist, dass die Einschränkung der Freiheit für eine Gruppe auch die Einschränkung der Freiheit für die andere Gruppe ist. Und es ist ein schwieriges Argument in so einem Fall. Aber eins der großen Probleme in Europa ist halt, und ich glaube auch in Amerika, ist, dass die Idee der Freiheit für zum Beispiel für Schwule und Lesben und Minderheiten benutzt wird, um gegen die Freiheit für andere Leute, in diesem Fall Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund, zu argumentieren. Das ist meines Erachtens neu in Europa und wir sind noch nicht wirklich gut im Argumentieren dagegen. Sieht das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Minderheitenrechte sind die eine Sache, die eben in demokratischen Parteien selbstverständlich sind, in demokratischen Gesellschaften selbstverständlich sind. Aber was wir hier sehen, hat ja viel mehr damit zu tun, dass man Sündenböcke braucht für Entwicklungen, die man nicht gut findet, für Entwicklungen, die man ablehnt. Und da, glaube ich, spielt es eine viel, viel größere Rolle, dass eben Muslime im Moment eben auch in eine solche Rolle kommen. Aus vielen verschiedenen Gründen, zum Teil mit berechtigten Argumenten, aber zum Teil eben auch mit nicht berechtigten Argumenten. Und wenn man sieht, dass die Rechtspopulisten, jedenfalls in Holland und in Frankreich, sich das sehr zu eigen machen und sich das eben auch so zu eigen machen, dass sie auf der einen Seite Minderheitenrechte allgemein nicht respektieren oder nicht stark machen, auf der anderen Seite aber eben diese eine Minderheit besonders anschauen und besonders eben auch betrachten und diskriminieren wollen, das zeigt eben einfach, dass sich die Populisten oder dass sich der Populismus, diese Suche nach Sündenböcken, der braucht die, um funktionieren zu können. Und das scheint mir eher der Punkt hier zu sein. Aber das ist ja ein Punkt, wo man sagen kann, in Frankreich wird gewählt am 23. April und dann die Stichwahl am 7. Mai. Den haben wir ja jetzt im Grunde genommen mit diesem Ergebnis noch nicht zurückgedrängt. Nee, ich glaube, das ist auch kein Ergebnis, was uns am Ende hilft, Frankreich zu erklären oder was uns zuversichtlich oder unzuversichtlich macht, was Deutschland oder andere wollen. Also doch keine Richtungswahl? Nee, ich glaube jedenfalls nicht, dass es so ist, dass wenn Rechtspopulisten einmal gewinnen, dass sie immer gewinnen. Wir haben Trump, aber wir haben eben auch Österreich, wir haben den Brexit und wir haben Holland. Also wir sehen, das geht mal so, mal so. Die Zufälligkeit, wie es ausgeht, ist glaube ich das, was uns beschäftigen muss und was uns auch in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Und das Zweite ist eben tatsächlich, dass Rechtspopulismus etwas ist oder Populismus etwas ist, das sich in demokratischen Gesellschaften ganz offensichtlich etabliert als politisches Moment, als politisches Parteien, als Identität einer politischen Partei. Und dass das eben nicht mehr so wie früher einfach weggeht. Früher konnte man ja sagen, die NPD wird mal gewählt, dann schreien alle Alarm, aber vier Jahre später ist sie wieder weg. Und jetzt haben wir aber eine Situation, in Frankreich jedenfalls, in Holland auch, wo sich offensichtlich eine solche Erweiterung des politischen Spektrums so etabliert, dass sie Teil der politischen Landschaft wird und zwar auf Dauer angelegt. Und das glaube ich ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss, wo man Wege finden muss, damit umzugehen oder Wege finden muss, das eben auch wieder zu domestizieren und einzufrieden. Ist das hier Konsens, dass man das, was wir jetzt hier gesehen haben, nur bedingt auf einerseits auf Frankreich übertragen kann und andererseits, wie sehen Sie es, Job Jansen, wo würden Sie sagen, das ist spezifisch niederländisch und das aber, das beschäftigt uns auch in Frankreich und in Deutschland? Es ist natürlich dieser Aufstand gegen die Elite, was man natürlich in allen verschiedenen europäischen Ländern sieht. Ich glaube, was für die Niederlande gerade besonders ist, wir haben das schon erwähnt, ist, dass bei Wilders immer die sogenannte Freiheit behüten will in den Niederlanden. Sein Konzept von Freiheit allerdings. Und er macht, das ist glaube ich auch eine niederländische Besonderheit, er redet zum Beispiel nicht über konservative Familienwerte oder über Homofeindlichkeiten, über Antisemitismus, das wird es bei ihm alles nicht sehen. Für ihn geht es wirklich und er glaubt auch wirklich selber daran, da bin ich mittlerweile von überzeugt. Es ist das Konzept von Freiheit, vielleicht was wir in den 80ern in den Niederlanden hatten, wo auch Homosexuelle und Juden Teil sind von der vielfältigen Gesellschaft und die wird jetzt bedroht von einem sehr konservativen Islam. Und nur das Konzentrieren auf dem Islam, das ist etwas, was sehr wilder spezifisch ist. Sogar wenn er über die Europäische Union redet, da redet er über Islamismus. Und das ist schon, ja, das ist glaube ich einzigartig. Im Vergleich zur AfD ist echt ein bürgerlich-konservativer Partei. Es wundert mich ab und zu noch, dass sie überhaupt miteinander zusammenarbeiten wollen. Ja, und Sie haben sich auch zusammen der Presse präsentiert, beziehungsweise der Öffentlichkeit. Das können wir uns auch nochmal anschauen, denn wir wollten gerne wissen, wie muss man diesen Domino-Effekt, der jetzt ja angeblich droht, einschätzen? Drei Kandidaten, eine Bedrohung. Als die Rechtspopulisten Frauke Petry, Reat Wilders und Marine Le Pen sich vor einigen Wochen in Koblenz zum Schulterschluss trafen, war ihre Botschaft klar. Der Brexit war nur der Anfang. Wilders will, dass die Niederlande der nächste fallende Dominostein sind. Er kämpft für das Ende der Europäischen Union. Wir müssen unseren Bürgern die Niederlande zurückgeben. Wenn wir das nicht tun, werden wir aufhören zu existieren. In Frankreich könnte laut Umfragen Marine Le Pen vom Front National die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewinnen und Frauke Petrys Alternative für Deutschland wird wohl erstmalig in den Bundestag einziehen. Greift der Domino-Effekt? Geht der Traum der Rechtspopulisten vom Ende der EU in Erfüllung? Eine große Frage, aber es ist die Frage in diesem Jahr, in diesem europäischen Superwahljahr. Alan Posner, wären Sie jetzt Marine Le Pen oder ein Berater oder ein wohlgesonnener? Ich weiß, es ist schwierig, aber was für eine Lehre würden Sie aus dem, was wir in den Niederlanden gesehen haben, ziehen für sich? Ich weiß nicht. Sie hat ja einen Vorteil. Also Mark Rutte war ja Ministerpräsident oder ist und er konnte diesen Streit mit Erdogan aus der Regierungsverantwortung heraus eskalieren lassen und so weiter und da eben diese patriotischen Kräfte an seine Partei binden. Während Marine Le Pen ja nicht gegen Hollande antritt. Das hatte so gar keinen Zweck, wenn zum Beispiel der Präsident Hollande in Frankreich auch einen Streit sucht mit irgendjemandem, mit Putin, der immer eine Gelegenheit bietet oder mit Erdogan oder mit irgendjemandem oder, meine Wege, auch mit Deutschland. Also das geht nicht. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie beispielsweise Gerhard Schröder 2003 einen Streit mit George W. Bush vom Zaun brach über den Irakkrieg und dadurch noch einmal die CDU geschlagen hat. Also es ist ein probates Mittel, aber in Frankreich funktioniert das nicht für die Regierung und darum ist die Situation für Marine Le Pen anders. Sie tut eigentlich schon seit langem das, was richtig ist. Sie ist Moderater geworden. Ihre Sprache ist Moderater. Sie hat sogar ihren eigenen Namen abgelehnt. Sie nennt sich ja nicht mehr Marine Le Pen mit dem antisemitischen Vater, sondern noch Marine. Marine, ja und so weiter. Also die, wenn ich ihr Berater wäre, was Gott behüten möge, dann würde ich sagen, mach nur weiter, Marine. Du hast noch alle Chancen. Und trotzdem ist ja Ursula Weidenfeld, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Frankreich bleiben, die wirtschaftliche Ausgangslage sehr viel kritischer. Also das müsste doch bedeuten, dass es vielleicht auch von der Seite sogar noch mehr Drang Richtung Rechtspopulismus geben kann als jetzt im Fall der Niederlande, wo ja der Regierungschef sich auch mit einem Aufschwung brüsten konnte. Ja, das kann auch gut so sein. Frankreich hat enorme wirtschaftliche Probleme. Frankreich steht vor einer unbewältigten Reformagenda. Jeder kann vermuten oder muss vermuten, dass eine der künftigen, dass die künftige Regierung diese Reformen machen muss und machen wird. Und die Einzige, die sagt, das mache ich nicht, das erspare ich euch, das müsst ihr nicht haben und ihr müsst euch nicht von Deutschland oder von Europa diktieren lassen, wie ihr in Zukunft zu arbeiten und zu leben habt, das ist Marine Le Pen. Also das ist schon ein ausgesprochen erfolgreiches Programm, das man natürlich nur aus der Opposition machen kann, ist ja klar. Und das man im Grunde auch nur dann eigentlich machen würde, wenn man damit rechnen müsste, dass man am Ende zwar einen Erfolg hat, aber eben nicht Präsident wird. Bei Marine Le Pen ist es glaube ich so, dass sie tatsächlich hofft und die Wette macht, dass sie Präsidentin werden kann und wenn sie das macht, dann wird es eben für Europa tatsächlich enorm kritisch, wenn Frankreich keine Reformen macht, wenn Frankreich auf einen extrem eurokritischen oder einen europafeindlichen Kurs geht, dann kann man tatsächlich den Euro, glaube ich, dann ist der Euro beendet. Dann ist es also nicht so, wie Marc Rücke sagt, das ist jetzt hier das Halbfinale Frankreich, sondern eher ist es das Finale. Frankreich ist das Finale, absolut. Ich würde gerne noch wissen, wenn wir bei den Franzosen nochmal bleiben, dort hat ja im Prinzip auch keiner der Kandidaten so eine richtig saubere Weste. Ist das die Angriffsfläche, die der Populismus sich sucht, die Elite, das haben Sie schon gesagt, Jupp Janssen? Und ist da die Gefahr in Ihren Augen in den Niederlanden langfristig kleiner? Ist das ein, also ich will damit sagen, haben die Niederlande sich vielleicht jetzt auch retten können, weil sie Integra sind? Das ist schon eine Aussage, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man, wissen Sie, früher lief die Trennlinie in der Gesellschaft eher sozialwirtschaftlich, glaube ich. Und was man jetzt sieht, die Trennung zwischen Gymnasium und Realschule. Es geht um Menschen, die das Gefühl haben, dass sie in dieser globalisierten Welt überhaupt keine Chance haben, dass sie daran nicht mitmachen können, dass eine bestimmte Verunsicherung entstanden ist. Und dafür sind auch die Migranten und die Muslime sind dafür das Symbol geworden von dieser Welt, die sich so schnell verändert. Und lasst uns nicht vergessen, dieses Prozess ist schon seit 20 Jahren unterschwellig anwesend. Und was will das machen? Und was auch viele Niederländer denken, ja, das sind die Elite und die Elite wird immer breiter in den Niederlanden, komischerweise. Was war erst nur die Politiker, dann war es auch noch Brüssel. Danach waren es auch noch die Richter und jetzt sind es auch noch die Medien. Aber ich glaube, das ist ja ein Rezept, was Populisten immer haben. Das sieht man bei allen erfolgreichen populistischen Parteien, gegen das Establishment anzuargumentieren oder gegen das Establishment anzurennen. Und das ist eben, glaube ich, also das ist in Frankreich deshalb so besonders erfolgreich, weil es in Frankreich eine unglaublich starke Selbstrekrutierung aus dem Establishment gibt. Da gibt es die großen Universitäten, die Verwaltungshochschulen, an denen man studiert haben muss, wenn man weiterkommen will politisch, wenn man in der Administration was werden will. Da gibt es einen sehr kleinen Kreis von Universitäten, an denen man studiert haben darf, wenn man vorankommen will. Und all das zeigt ja auch, und das macht ja auch viele der Probleme der Präsidentschaftskandidaten aus, dass innerhalb dieses Zirkels sich tatsächlich Geflogenheiten etablieren, dass man sich von jemandem die Anzüge schenken lässt oder das Auto stellen lässt oder was auch immer, was eben in Ländern, die diese Art von Elitenbildung und Elitenausbildung nicht haben, nicht so stark ist. Und da ist Holland eben ganz anders. Ich glaube allerdings, wo man sehr gut aufpassen muss, ist, man kann den Erfolg von Rechtspopulisten nicht damit erklären, oder nicht nur damit erklären, dass man sagt, die sind alle abgehängt und die fühlen sich von der Globalisierung überrannt und die haben Angst vor der Digitalisierung. Wenn man mal in die Wählerprofile guckt, da sind unglaublich viele Akademiker inzwischen dabei, Konservative, da sind Leute dabei, die würden auch Sozialdemokraten wählen, da sind sehr erfolgreiche Leute dabei, also es ist gar nicht mehr... Womit erklären Sie es dann, also den Erfolg? Der Erfolg, also einmal ist es eben tatsächlich so, dass Demokratien und die westlichen Demokratien ein Legitimations- und Legitimitätsproblem haben, das ist so, wenn man sich eben anschaut, wer ist im Parlament repräsentiert und wer ist nicht repräsentiert und wenn man sich anschaut, warum dürfen Regierungschefs heute Dinge tun, für die sie früher die Zustimmung des Parlaments gebraucht hätten und heute nicht mehr. Also wir haben ja eine sehr große... Also per Dekret regieren zum Beispiel in Frankreich. Ja, wir haben einen großen Machtgewinn, nicht nur in Frankreich, in Deutschland auch, der Exekutive, die eben viel, viel mehr Einfluss hat als früher, das drängt das Parlament zurück und dann ist es natürlich so, dass Wähler das Gefühl haben, sie sind in der Politik nicht mehr repräsentiert und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist auch so. Deshalb glaube ich, schon kann man erklären, warum auch viele politisch wache Leute, politisch anspruchsvolle Leute heute extremer wählen als früher. Die wählen ja nicht nur rechts, die wählen auch links. Also das glaube ich, kann man schon sehr genau sehen und das ist über alle hochentwickelten Demokratien hinweg sichtbar. Was eben bisher nicht sichtbar war, war eben dieses Zufallsinstrument. Also dass man so das Gefühl hat, du kannst auch eine Münze werfen. Entweder geht es hopp oder es geht top. Alan Posner, dann gehen wir mal zu Deutschland. Da haben Sie im Eingangsstatement gesagt, Angela Merkel wird sich das merken, die Sache mit dem Wahlhelfer Erdogan. Aber das ist ja jetzt noch ein bisschen früh. Das Referendum ist dann im Prinzip vorbei in der Türkei, möglicherweise hat er dann sein Präsidialsystem. Wie schätzen Sie es ein? Was wird Angela Merkel sich aus dieser Niederlandewahl rausholen für ihren Wahlkampf? Ich glaube einfach so, dass, wie wir schon gehört haben, ein bisschen stärker orientieren nach Rechtspatriotismus, eigene Werte und so weiter. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja auch ein Kulturkampf, was passiert. Und jahrzehntelang haben wir es gehabt, dass bestimmte Gruppen, besonders Migrantengruppen, bestanden haben auf ihren kulturellen Eigenarten. Ich muss das Recht haben, in der Schule einen Gebetsraum zu haben mit einer Gebetsmappe. Ich muss das Recht haben, in einer Kantine, dass ein Essen angeboten wird, was helal ist. Und das war falsch? Moment mal, also ich muss mein Kopftuch haben. Aber wenn ein Deutscher gesagt hat, ich beharre auf meinen Eigenarten, dann haben die internationalen Eliten, wie die Leute, die hier fahren, wir sind nicht mal Elite, wir sind ja Mittelschicht, haben ein bisschen gesagt, naja, so geht es nicht. Und wenn man so links und so bürgerlich ist, dann liebt man chilenische Volksmusik und man liebt, keine Ahnung was, aber deutsche Volksmusik um Gottes Willen. Und ich glaube, die Frage eines aufgeklärten europäischen und auch deutschen, sagen wir es ruhig, Patriotismus und die Frage, wie das ein einschließender, nicht ausschließender Patriotismus sein kann. Mehr Volksmusik? Nein. Vielleicht können wir die Holzhammer-Buhamen mit türkischer Besatzung machen? Nein. Ich finde, das ist keine Quatschfrage, sondern es ist tatsächlich ernsthaft. Was ist eine Quatschfrage? Angela Merkel wird sich weder zum Thema Volksmusik verhalten und ihren Wahlkampf führen, noch wird sie aus den Niederlanden etwas lernen. Entscheidend für Europa und für Deutschland ist Frankreich. Wenn in Frankreich Marine Penn gewinnt und wenn sie sehr erfolgreich sein wird, dann wird in Deutschland niemand einen Europawahlkampf machen können, wie man sich den vorstellt. Und umgekehrt, wenn sie verliert und wenn sie so ähnlich rausgeht, wie Herr Wilders rausgegangen ist, dann wird es eben eine ganz andere Tonalität geben können im Wahlkampf. Und da warten alle drauf. Und da geht es eben nicht um Folklore und es geht auch nicht um Kleingärtnervereine, sondern es geht eben tatsächlich um die Frage, was ist die Zukunft Europas und was ist die Zukunft der Nationalstaaten in Europa. Und das ist ernsthaft. Das ist ernste Politik. Und können die Europäer was anderes tun als warten auf den 7. Mai? Im Moment glaube ich nicht. Nein, die können, Frankreich hat eine so starke Eigendynamik, dass man von Europa im Moment kein Signal nach Frankreich reinsenden kann, das funktioniert. Und sollte auch nicht. Aber Sie haben eine Idee trotzdem, Ellen Posener. Ja, ich meine, eins muss ich sagen, Marine Le Pen lässt sich ihr Wirtschaftsprogramm von einem ehemaligen Sozialisten schreiben. Marine Le Pen ist eine absolut linke Populistin, ganz anders beispielsweise als die AfD bei uns, die im Grunde genommen so ein FDP-Programm haben, wirtschaftspolitisch gesehen. Und dass Europa sich darstellt als ein Verein, in dem deutsche Banken beispielsweise Griechenland diktieren, welche Wirtschaftspolitik es zu machen hat. Das kommt in Frankreich ganz schlecht an. Ja, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Also die Vorstellung, dass man jetzt zwei Monate lang Signale nach Frankreich sendet, die heißen, wir gucken nicht mehr auf die Maastricht-Kriterien. Das heißt, in Deutschland verliert derjenige, der das tut, die Wahl. Wir nehmen euch den Reformdruck ab. Ihr müsst nicht mehr reformieren. Geht ruhig ins Defizit. Das würde immer bedeuten, dass man die Wahl im eigenen Land verliert. Und dieses Risiko geht niemand. Sie haben doch gerade gesagt, es hängt davon ab, alles von Frankreich ab. Also muss man alles tun, damit Marine Le Pen abschmiert und dann werden die Karten sowieso neu gemischt. Aber sie wird nicht abschmieren dadurch, dass Europa jetzt in den nächsten vier, sechs Wochen andere Signale senden würde, Sie haben doch gerade gesagt, es ist doch alles so kurzfristig in Europa. Ja, das ist so. Naja, wenn wir jetzt ein paar ordentliche Zeichensätze Richtung Griechenland, Richtung Frankreich. Herr Posner, wie sollen die Zeichen aussehen und wie glaubwürdig wäre das, wenn man, wenn man, man kann, ganz ehrlich jetzt, innerhalb von acht Wochen ein Thema wie Euro-Bonds politisch nicht bewältigen, man kann es nicht beschließen und man kann es auch nicht machen. Aber darauf kommt es doch vielleicht gar nicht an, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern es kommt ja nur auf so eine Stimmung an. Also auf das, was wir gesehen haben in den Tagen vor der Niederlandewahl. Das war ja im Prinzip ein Zeichen, natürlich auch eine konkrete Handlung, aber die geht ja jetzt auch nicht besonders tief. Also möglicherweise wäre es ja auch so und Angela Merkel trifft sich ja am Donnerstag auch mit Emmanuel Macron, dem Hoffnungsträger der Europa-Freunde in Frankreich, sage ich jetzt. Also vielleicht ist es gar nicht so naiv zu sagen, gibt es nicht doch die Möglichkeit, was zu wenden. Sie haben jetzt aber gesagt, Jupp Janssen, das sollte man auf keinen Fall tun. Da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil das ist gerade das Gefühl, wir verlieren die Kontrolle über unserem eigenen Land. Das könnte diesen Patriotismus nur noch vergrößern. Ich weiß, Wilders und auch andere Rechtsparteien, sobald Juncker der EU-Kommission sich bemüht mit der niederländischen Politik, dann beharren die Wilders-Wähler und auch Teile der VVD-Wähler, die wollen das ja überhaupt nicht. Die machen sich Sorgen über den Einfluss von außen und ich glaube, da sollte man vorsichtig sein. Was ich aber auch noch sagen wollte, wir haben international, sehen wir, dass das, jetzt verliere ich jetzt meinen Punkt ein wenig, aber... Ich glaube, das, was Sie sagen, über die Frage der Signale, welches Signal man gibt, wenn man jetzt einen anderen Europakurs fahren würde, dann würde man eben tatsächlich möglicherweise dem Süden helfen, aber man würde den Norden in genau die andere Richtung polarisieren. Der Norden, das wären dann... Das ist Belenux, das ist Deutschland, das ist Österreich in dem Fall auch Norden, das sind die skandinavischen Länder. Die würden, also diejenigen, die jetzt einzahlen und die das Gefühl haben, dass Europa ihnen auch schadet, da gibt es ja auch starke... Die aber nicht alle wählen, jetzt außer Deutschland. Nö, aber die Frage, geht man dieses Risiko, dass man die in diese Polarisierung reinlaufen lässt, ist natürlich evident. Ich möchte nochmal die Frage aufgreifen, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Sind Rechtspopulisten vielleicht dann doch am Ende eher Scheinriesen? Wenn man die Auswirkungen auf die gesamte Politik sieht, kann man das, glaube ich, nicht sagen. In der Prozentzahl vielleicht, Wildes ist es, glaube ich, bei 13 oder 14 geendet. Das ist natürlich ein relativ kleiner Teil der niederländischen Gesellschaft. Aber wenn ich sehe, wie andere etablierte Parteien auf die PVV und die AfD auch reagieren, anders gilt auch für Linksparteien, das ist schon besorgniserregend. Alle orientieren sich links oder rechts an diesem neuen Rechtspopulismus. Man sieht es auch bei Linksparteien. Die niederländischen Grünen, die haben jetzt in diesem Wahlkampf explizit ihre kosmopolitischen und liberale Werte vorangebracht, um das gegen Wildes zu spiegeln zu können. Und das ist die Frage, hätten sie das auch gemacht, wenn es keinen Rechtspopulismus gibt? Und das Ding ist, Wähler sehen das auch. Die sehen auch, dass, die sehen, ja, ich brauche, ich brauche, ich brauche gar nicht in einer Regierung, um enormen Einfluss zu haben auf die politische Richtung der Niederlanden. Und also dann, damit sind es ja auf keinen Fall Scheinriesen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein Tippspiel machen, denn das Ganze hat ja mit einem Fußballvergleich angefangen. Vielleicht fangen wir bei Alan Posner an. Also, wie geht das Halbfinale oder Finale aus in Frankreich? Ja, das ist das Finale. Marine Le Pen wird verlieren. Knapp, aber sie wird verlieren. Und Europa wird vorübergehend gerettet werden. Wie sagen Sie? Ich weiß es nicht. Ich habe mich in Amerika vertan, ich habe mich beim Brexit vertan. Ja, ich auch. Ich spiele das nicht mit. Ich spiele nicht mit. So den Einsatz erhöhen. Jupp Janssen, was tippen Sie? Ja, wir Niederländer kommen selten weiter als im vierten Finale. Aber ich denke, dass sie auch nicht gewinnen wird. Ich kann mir das auch kaum vorstellen. Aber dann werden wir bestimmt wieder in eine Lage kommen, wobei das dann so mühsam vorangeht. Mit einem anderen Premier, mit einem Macron, der sich ja ab und zu vielleicht euroskeptisch ein bisschen zeigen muss, um die andere Wähler rechterseits nicht zu verlieren. Und darüber müssen wir nochmal sehen, inwiefern das... Und dann kommt die Bundestagswahl, was auch immer das dann für ein Fußballspiel noch ist. Aber wie ist da Ihre Einschätzung? Wer wird die für sich entscheiden? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die AfD vergleiche zu Wilders, finde ich sie noch ziemlich amateuristisch und zerstritten und ziemlich taktlos eigentlich auch. Also wenn das nicht aufhört, landet die AfD echt nicht höher als 12, 13 Prozent. Das würde ja reichen. Ja, nein, also Deutschland ist eigentlich ein normales Land. Das echte Potenzial für Rechtspopulismus ist hier in Deutschland gerade so groß wie in anderen Ländern. Wenn ich sehe, dass sie jetzt nur bei 12, 13 Prozent stehen, würde ich das als AfD-Vorstandsmitglied hier ziemlich enttäuschend finden. Also da ist auf jeden Fall mehr drin. Wenn das so bleibt, kommt das nicht mehr. Okay. Der Träger. Sie haben es uns wunderbar zum Lachen gebracht. Sie zum Schluss nochmal. Ich danke Ihnen. Wir werden das ja auch erleben. Wir konzentrieren uns jetzt also auf Frankreich. Dann kommt noch die Bundestagswahl im September. Das wird hier alles auch bei Quadriga noch und wieder Thema sein. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. In der nächsten Woche ist Hajo Schumacher da. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020